Hallo Leute, es gibt wieder ein neues Video. Hier seht ihr Sarah als mein Modell von der letzten Shootingreise nach Milos und ich hatte mir gedacht, dass ich eine Raubkatze, einen Löwen für den weißen Strand Sarah Kiniko kreiere. Das Video ist ein bisschen länger geworden, weil Sarah einfach so toll gepost hat und getanzt, dass ich das nicht alles wegschneiden wollte. Also freut euch auf das neue Video mit der wilden Katze von Sarah Kiniko. Inspiriert hatte ich mich auch von dem blauen Himmel dort und den gelben Tönen. Hier das Making-of als Zeitraffer. Ich habe mit einer Schablone erstmal die Textur gesetzt und dann den Löwen drüber gemalt. Miga, das zweite Modell, hat mir dann mit den Haaren geholfen, weil ich wollte, dass die Haare nach hinten geflochten sind. Ihr seht unsere Modell-WG, ein 20 Quadratmeter Zimmer auf Milos von Andreas und uns, wo wir zwei Wochen lang zusammen waren. Und so sieht es dann auch aus. Ein bisschen ein kreatives Chaos, aber natürlich auch super für die Zusammenarbeit, dass wir so ausgekommen sind. 2013 war ich schon mal auf Milos, auch mit dem Team von Bert Kubik. Und ihr müsst auch mal auf diese griechische Inver kommen. Es ist wunderschön dort. Die Strände sind surreal und schauen aus wie auf dem Mond. Für das Make-up wollte ich neben der Katze auch ein bisschen Beauty mit integrieren. Also ihr seht an den Seiten ein paar spitze Zähne gemischt mit tollen Texturen, Gold, Make-up und langen Wimpern. Bei den Bodypainting Shooting Sessions lief es immer so ab, dass zuerst alle das Modell fotografieren durften und dann wurde gesplittert und alle dreiviertel Stunde durchgewechselt. Ihr seht hier meine neuen Perspektiven. Ich habe mir jetzt endlich auch eine Drohne gekauft, die Mini DJ 2 und bin dann immer geflogen, wenn der Wind nicht so stark war. und wo 들fen schlechtert den Chat be. Untertitelung des ZDF, 2020 Zu Golden Hours sind wir weiter hintergegangen mit dem Heiko, Lofote und dem Peter. Hier seht ihr alle Fotografen, links eingeblendet. Der Sonnenuntergang war super schnell und so lief mir ganz schnell der Sonne nach. Bereit mit den Easy Swings und Sarah zum letzten Sack. Glühend Gold in der Abendsonne. Zu eure Info, dieses Video habe ich mit meinem iPhone 12 Pro Max gefilmt, ab und zu in Slowmotion in der App Filmic Pro und natürlich mit meinem Drohnen-Footage gemischt und ein bisschen mit der DJ Osmo Pocket 1. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann, eure Tüdie. Bis dann, eure Tüdie.